Musik Mein Gott, mir die Sonne scheint am Himmelszelt. Elf Uhr elf und ich komme hier aus der Ruhrgebietskneipe. Ja okay, macht ja nix. Ach, jetzt gehe ich in mein geliebtes Räutenschweid. Jo, nicht, dass mich da einer vermisst. Also, guten Tag, was ist denn hier los? Ich sehe die ganzen Schläuche hier. Was ist denn hier passiert? Das ganze Ruhrgebet. Das ist wie ein Schweizer Käse. Es gibt sogar Stollen, die sind bis zu zwölf Kilometer lang. Und Stollen hier am Hauptbahnhof, hier unter den Gleisen und die Züge müssen alle langsam fahren. Oh, da sehe ich aber auch ein Problem für Rosenmontag. Das werde ich erst mal kontrollieren gehen, jetzt gleich. Oh, das klingt hier aber wohl auf meiner Ruhe. Hier ist irgendetwas. Hier ist irgendetwas. Nicht, dass hier ein Stollen ist. Mein Gott, ein Stollen. Was sollen wir denn machen? Der Rosenmontagszug? Der fährt doch hier vorbei. Soll der denn noch langsamer gehen? Ich weiß es nicht. Ich muss da was helfen. Jetzt brauche ich eine Schaufel. Hier ist ein Stollen. Habe ich festgestellt. Habe ich gehört. Ich brauche Packer. Oder sonst diegleichen. So. Jetzt muss ich aber was tun. Und jetzt besorge ich mir ein Verfüllungsmaterial. Hey, was war das heute in Gedöns? Boah, war das ein Tag heute. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Meine Ruhe zu verpressen. Jetzt kann der Zug über meine Ruhe fahren. Konfetti hilft in jeder Lebenslage. Hoppa! Ich bin froh, das ist Wichtig. Ja, ja! Ja, ja, ja! Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, 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 ja! Ja, ja. Vielen Dank.